Vergiss nicht, es wird ein Tag kommen, wo wirst du abhängig sein von anderen. Deswegen achte auf dein Verhalten, dass wenn du krank bist, dass Menschen um dir weiter sind und dir helfen können. Dass du bist mit dem Menschen in guter Umgang gewesen. Denn was du geerntet hast, was du gesät hast, das wirst du ernten. Das ist das Al-Jazaw Minjins Al-Amal, hat einer unserer Lehrer in Medina Universität mal erzählt, im ersten Golfkrieg, das heißt 1992 oder 1991, als das erste Golfkrieg war, in Kuwait, als die irakische Soldaten besetzt hatten, haben viele Hilfsorganisationen an die Millionäre, Milliardäre Kuwaitis Essen verteilt, Esspakete, weil irakische Soldaten haben alles eingenommen und ihre Besitzworte, alles beschlagnahmt, hat die irakische Armee genommen. Und Milliardäre, die in Paläste gewohnt haben, sind plötzlich angewiesen auf Esspakete. Muss rausgehen auf die Straße, wo kommt LKW? Und verteilt dort Lebensmittel, Nahrung. Unser Lehrer, Professor ist in einer Hilfsorganisation von Saudi-Arabien nach Kuwait gefahren und hat dort Esspakete verteilt. Und sagt, ein alter Mann ist gekommen, ein Kuwaiti, Milliardär, richtig reich, Millionär, Milliardär, Israel hat keinen Dollar mehr. Alles wurde von irakischen Soldaten enteignet. Ihr wisst die Geschichte, Golfkrieg. Was ist passiert? Sagt er, ist dieser alter Mann gekommen, so 70-Jähriger, und er hat von uns ein Esspaket bekommen. Es ist ein Liter Milch, ein Kilo Zucker, Makaroni, ganz billige Sachen, einfache Sachen. Was er früher vielleicht nie wollte essen, sondern er hat irgendwo immer in der ganzen Welt seine Frühstück gegessen und woanders verreist. Solche Leute sind das. Und sagt, daraufhin ist ein Indier gekommen, ein Mann aus Indien, und hat von diesem alten Mann ihn weggerannt und das Esspaket von seiner Hand weggenommen. Und der Lehrer sagt, das alles passiert vor meinen Augen. Daraufhin habe ich gesagt, bin ich hingerannt zu diesem Inder, und der ist auch ein Muslim, und das ist ein Jugendlicher, ein Inder, der von ihm das genommen hat, weggenommen hat, das Essen und gegangen ist. Und der ist auf einmal, der alte Mann ist ohne Esspaket geblieben und weint. Und der Lehrer hat das gesehen, der Professor, sagte, ich bin hingegangen zu diesem Inder, und habe gesagt, ja, ach, was machst du? Gib ihm sein Esspaket, warum nimmst du das weg? Sagt er, lass mich in Ruhe, du weißt nicht, wer dieser Mann ist. Dieser alter Mann war, er war mein Arbeitgeber. Der hat mich immer schlecht behandelt. Heute will ich meine Rache nehmen. Soll er sterben ohne Essen? Jetzt ist meine Zeit gekommen sein. Deswegen, liebe Brüder, alles, was du ernst hast, auch mit deinem eigenen Frau. Wallah, gibt es Brüder, als er krank geworden ist, die Frau ist sofort weggegangen. Warum? Den werde ich niemals helfen. Der hat mich die ganze Jahre schlecht behandelt. Soll er sterben? Wir machen alle so, dass er sterben soll. Und der ist schwach jetzt. Er kann nicht mehr schlagen, kann nicht mehr bedrohen. Jetzt ist er alleine geblieben. Und das dürfen wir nicht in dieses Zustand fallen, liebe Brüder. Wir dürfen nicht in diesen Zuständen hineinfallen. Deswegen, durch Krankheit lernst du deine Feind und deinen Freund. Deswegen, mache dir in deinem Gesundheit keine Feinde. Wenn du hast zu viele Feinde, die werden auf dich losgehen, wenn du bist schwach. Jetzt bist du stark. Deswegen, deine Feinde sind in den Ecken. Aber sobald du schwach wirst, dann wirst du auf einmal die Wölfe sehen. Deswegen, Islam verbietet uns, dass wir Unrecht tun. Und wenn du tust, sollst du wissen, wird dir das passieren, was du wie die anderen schlecht behandelt hast, wird es auch den anderen kommen. Es ist ein Schatz, wenn du sie ein Schatz holst. Es ist ein Schatz, wenn du sie ein Schatz holst. Untertitelung des ZDF, 2020